Ich schmeiß Deutschlands erste Fliegenpilz-Party in Köln und da kommen wir zusammen, konsumieren Fliegenpilze und feiern bis zum Morgengrau. Der Fliegenpilz, der senkt die Hemmungen und du hast keinen Kater. Wie geil ist das denn? Außerdem gibt er dir das Gefühl, auf Wolken zu laufen und du hast total Lust, dich zu zeigen. Und darum träume ich von einer Fliegenpilz-Party. Wenn du Bock drauf hast, dann, ja, keine Ahnung, stay tuned und vielleicht schmeiß ich so eine Party immer tatsächlich. Bis zum nächsten Mal.